Ja, aber es ist aber besser, wenn du weniger hörst und dafür die Leute, äh, nicht, nichts mehr von dir hören. Ach ja. Wobei, stimmt, das ist dann auch nicht so schlimm. Ich bin heute wieder so nett zu dir. Das ist geil, meine Lampe ist gerade Dauer an, obwohl ich nichts gesagt habe. Deine Lampe ist Dauer an. Von TeamSpeak. Nicht, dass ich jetzt hier noch die ganze Zeit mit durchkomme. Oder irgendein Lüftergeräusch. Ich weiß es nicht. Werden wir dann sehen. Ja, ne? Entweder können wir mich mit reinnehmen, die Leute. Oder wir machen dann erst ab der nächsten Folge das dann. Ja. Na gut. Ähm. So. So. Obwohl, warte mal, mach nochmal hier vorne so eine Treppe dran. Was denn? Wie, wo war eine Treppe? Moment. Hier an der Seite. Hier stimmt doch irgendwas nicht. Hier ist doch wieder Fusch am Bau. Ist denn hier wieder gemacht worden? Wer hat den denn hier gesetzt? Die ersten warst du, mein Lieber. Das ist doch alles Mumpitz, was wir hier wieder gemacht haben. Muss alles ein weitergelegt werden, ja. Glaube ich. Meinst du? Du hast doch alle zwei gemacht. Ja. Eigentlich schon. Ja. Eigentlich habe ich alle zwei gemacht, ja. Ich habe nur das ausgeführt, was du hier machst. Ja, ne, ist klar. Du bist jetzt wieder schuld und darauf können wir uns wieder einigen. So. Okay. Ähm. Jetzt haben wir hier so eine große Plattform. Und jetzt müssen wir natürlich noch hier gucken, dass wir das auch so schön machen, ja. So. Hast du mir auch mal bitte da deine Treppe hin gemacht? Was? Was? Wie? Treppe? Hier. An der Seite. Ich mache dir hier überall Treppen, wenn du willst. Da. Hast du Treppen. So, jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob das okay war, was wir hier gemacht haben. Autsch. Ja, okay. Passt. Nein, nehmen wir mal hier vorne, dann muss ich nicht mal so weit. Hast du gehört? Äh, ja, passt. Hast du gerade gesagt. Genau. Schön, dass du noch zuhörst. Ja, ab und zu. Finde ich richtig klasse. Hm. Aua. Vielleicht machen wir das auch einfach so. Oder? Dass das nicht einfach direkt am Rand ist, weißt du? Dann sollten wir die Plattform ein bisschen größer machen, oder? Ja, wir können ja. Ähm, hier, guck mal. Wir müssen das ja dann immer an beiden Seiten machen. Was wir dann so einen dran legen. Weißt du? Kein Holz mehr. Ah doch, ich habe ja Eichenholz mitgebracht. Oh, warte, da hatte ich doch genau noch die Idee. Jetzt kommt's. Hä? Es legt sich wieder normal. Guck mal. Ah, ich verstehe. Notch hat's geändert. Schön. Was kommt denn jetzt? Ja, Moment. Ach, da ist doch schon wieder ein Creeper. Alte Sau. Das müsste von der Höhe her reichen, ne? Das ist jetzt eine Dreier. Ja. Schau mal. Wie sieht das denn aus? Gerade noch komisch. Ja, Moment. Moment, Moment. Ups. So, jetzt muss ich hier wieder noch einen hochlegen. Genau. So eine Art Grundgerüst, weißt du? Das muss aber noch weg. So. Und, ähm, dann können wir ja, ich glaube, das ging, hast du die Treppenstufen? Ich hab die vier, die du mir gegeben hast. Wir haben auch kein Glas mit. Brauchen wir jetzt vielleicht doch nicht. Weil, Schiffe haben doch Bullaugen, richtig? Richtig. Ja. So, dann pass mal auf. Vielleicht sieht das nämlich richtig gut aus. Pass mal auf. Nein! Weil das würde eigentlich passen. Guck mal. Oder? Ja. Ist doch so eine Art Bullauge. Wie findest du es? Sieht cool aus. Das hatte ich mir nämlich gedacht, äh, dass wir das dann so als Fenster nehmen. Und... Vielleicht sollten wir mit unterschiedlichem Holz arbeiten. Wie sähe das denn jetzt hier aus, wenn wir das so machen? Dass wir hier diese Hochstriemen in dem Holz hier machen. Wie sähe das denn aus? Was sagst du? Ja. Obwohl, das sieht nicht schlecht aus mit dem Weißen. Machen wir es jetzt einfach mal. Ich hatte dir auch Holz gegeben, ne? Kannst du es ja eben hinten machen. Ja. Autsch! Verdammt! Fress mir jetzt mal hier ein Stück Schweinefleisch. Auf den Ärger. Ähm... Was wollte ich machen? Genau. Ich wollte das nämlich jetzt mal ausprobieren. Was wäre denn, wenn wir das dann auch noch so machen? So. 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 Und so. Autsch! Ja. Verschiedenfarbig. Und? Boah, wir müssen das ganz dunkel machen. Ja, dann könnte man hier noch geiler arbeiten. Dann könnte man das ja schon dreifarbig machen. Das wäre ja mega cool. Äh... Und dann vielleicht noch so. Hm. Das sieht komisch aus, ne? Das gefällt mir nicht mehr. Ja. Was ist, wenn man das so mischt? Das haben wir auch noch nicht ausprobiert, ne? Zum Beispiel mal so. Einfach mal aus Jux und Donner. Wir probieren jetzt einfach mal ein bisschen aus. Dann wieder so. Nein, das war falsch. Ich mach jetzt einfach mal da ein helles Holz hin. Geht grad schneller. Und vorne, ne? Wo ja eigentlich so die Kapitäne sind oder so, ne? Da kann man doch echt Glas nehmen. Aber nicht das dicke, das dünne. Vorne, wo ja eigentlich die Kapitäne sind. Huh, Vorsicht, da ist so ein fucking Creeper. Was sagst du denn zu diesem Mischding? Das sieht mir auch gewöhnungsbedürftig aus. Genau wie alles andere, was wir bis jetzt gebaut haben. Oh Mann. Ich kümmer mich mal da, du Creeper. Ja, mach mal weh, du machst das kaputt. Dann gibt's Ärger. Ja, hol ihn doch aufs Schiff rauf. Du bist doch eine Tröte, du. Ich sag noch, hol ihn aufs Schiff rauf. Du bist echt so eine Tröte, das ist unglaublich. Weißt du, sie ist immer hier von wegen, ja, mit so einem hier, so einem als Bruder zusammenzulehnen. Dann kommt hier sowas, weißt du? Dann kommt hier sowas. Wir hatten schon lange keine Explosion mehr. So ein Scheißteil. Wer den erfunden hat, der gehört geschlagen. Ja. Also not. Weißt du ja nicht, vielleicht kam die Idee ja von wem anders. Vielleicht hat der irgendjemand eine zündende Idee gehabt. Also ich finde das mit diesen Außenecken, finde ich das eigentlich geil. Moment, also wenn man das jetzt mal so eine Zeit lang gesehen hat, finde ich, sieht das ganz cool aus. Weißt du? Mit dem weißen. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob wir zum Beispiel das einfach so machen sollen, dass wir hier die Wände in dem Dunklen und dann hier drinnen noch mal so halbe. Und dann, wenn wir jetzt nämlich hier die Fenster jetzt machen, dann, gerade eben war das ein Stück zu hoch, ne? Ja, da wurde es dann, ja. Und dadurch, äh, können wir... Auch wieder rauskommen. Genau. Haben wir dann auch wieder die richtige Höhe. Alles klar. Ich mach mal das kleine... Oder? 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 Ja! Gut. Äh, ich mach mal das helle Holz. Du machst die hellen, dann mach ich die Dingens. Oh, da brauchen wir aber viele, ne? Was hab ich denn jetzt hier wieder gemacht? Ah, du mal wieder so machst. So, dann machen wir das so. Wir sollten auch noch eine schöne Leiter oder Treppe hier hoch machen. Ne. Doch. Scheiße. Ah, ist ja nicht schlimm. Scheiße Sache. Wir müssen eins weitermachen. Wie eins weiter? Ja, sonst passt das nicht. Auf jeden Fall eine Symmetrie. That's right. Komplette Seite abreißen oder nur den Anfang? Ne, ne, warte. Gar nichts mehr abreißen. Ach, einfach nur... Oh, okay. Ach, jetzt... Du willst immer alles abreißen, ne? Ja. Immer da weg. Hm. Hast du noch Holz? Du nicht? Was brauchst du denn? Siehste doch, was fehlt. So. Weil ich hab mein Holz schon komplett verausge... gehabt. Aus... ausgegeben, wie auch immer. Ne, ne, ne. Hä? Bis wohin machen wir denn das helle Holz? Bis hierhin? Äh, müssen wir... Also kannst du erstmal bis zum Ende und wenn's nicht passt, dann können wir ja immer noch, äh, jederzeit ändern. Hm, wobei ich hier schon, das... das ist dann zu offen. Ich glaube, das passt schon nicht mehr. Ist eins zu weit. Zu weit? Na ja, ich hab gedacht, was du mit dem weißen abschließend... Vielleicht so. Oder... Dann ne Treppe. Ich dachte... Hast du noch ne Treppe? Ich dachte eher an... ne... Tür. Achso. Ja. Also da kannst du jetzt auch noch nen halben... Ah ne, dann funktioniert das mit der Tür ja nicht mehr. Ne, dann geht das mit der Tür nicht mehr. Mit ner Treppe, glaub ich, geht das, aber mit ner Tür nicht. Äh, mit ner halben. Jetzt will ich grad mal überlegen. Ah ne, doch. Das können wir doch so lassen. Warte. Wenn wir hier jetzt ne Treppe hinlegen. Wir haben doch diese hellen Treppen gemacht. So. Und hier nen hellen Block. Hab ich auch noch einen. Da müsste das doch wieder passen. Da die Tür drauf. Und... Zapp, zarapp. Ähm, ne, ich mach schon. Ich war gerade schon am Dingens dran. Und zapp, zarapp. Haben wir da ne Tür. Und da müsste man da ja auch rein und raus gehen können, ne? So, ein paar hab ich noch. Und wie ist das? Machen wir jetzt hier.